Willkommen zurück an Bord! Unser nächstes Reiseziel führt uns in das atemberaubende Peru, das Land der Inka-Ruinen, der majestätischen Anden und natürlich der bezaubernden Alpakas. Wir landen heute in der malerischen Landschaft der peruanischen Anden, wo Alpakas seit 6000 Jahren ein Bestandteil der Kultur und des Lebens der Menschen sind. Diese charmanten Tiere, eng mit Llamas verwandt, sind für ihre weiche Wolle und ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Das Inka-Reich war in seinem Höhepunkt größer als das römische Reich und besaß ein unglaubliches Streckennetz von 40.000 Kilometern. Alpakas spielen in den Anden eine wichtige Rolle in der traditionellen peruanischen Kultur. Ihre Wolle wird seit tausenden von Jahren von den Einheimischen verwendet, um warme Kleidung, Teppiche und andere handgefertigte Produkte herzustellen. Alpakas können bis zu 25 Jahre alt werden. Sie spucken, um ihre Rangordnung in ihrer Herde zu klären oder wenn sie sich bedroht fühlen. Darüber hinaus sind Alpakas auch ein beliebtes Fotomotiv für Touristen, die faszinierende Landschaft und die einzigartige Tierwelt Perus erkunden. Ihre neugierige Natur und ihre sanften Gesichtsausdrücke machen sie zu einem bezaubernden Anblick für Besucher aus aller Welt. Genießen Sie die Gelegenheit, diese liebenswerten Tiere zu treffen und erfahren Sie mehr über ihre Bedeutung in der peruanischen Kultur. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen weiter aufregende Abenteuer auf unserer Reise zu erleben.